Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Niklas und ich sind gerade in Offenburg, denn es gibt zwei Anlässe und zwar zum einen haben wir den Geburtstag seiner Mama nachgefeiert und hier gibt es einen neuen Hundewelpen. So süß, Lilly heißt die Kleine, sie ist jetzt 15 Wochen alt und ein Traum. Ich zeige es euch einfach mal. Jetzt bist du dran. Ich komme her. Das ist so, Lilly, wie meine Haare irgendwie lecker. Sind die lecker oder findest du die nicht so schön gerade? Willst du die schöner machen? Das war ein Küsschen. Ja, wir klauen die. Wir nehmen die einfach mit. Nehmen die einfach mit. Nehmen die einfach mit. Okay. Hallo, Edel. Hallo. Bist du ein Kamerahund? Ja. 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 Das kannst du mal sehen. Haui. Okay. Hier bringt's. Hier ist super. Haui. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So und Leute, hier ist sie Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Ich kann es noch nicht glauben Ich habe sie auch noch nicht ausprobiert Aber es ist einfach Der Wahnsinn Ohne Scheiß, diese Kamera Krass ey Ich bin einfach Ich bin sprachlos Dazu haben wir auch noch zwei Objektive Die zeige ich euch aber Später irgendwann Und ich tu die mal kurz zurück Oh Gott Und ich freue mich heute Eine Ankündigung zu machen Und zwar Mache ich dieses Jahr Vlogmas Und was bedeutet das? Jeden Tag in der Weihnachtszeit Ein Video von mir Wie ein kleiner Adventskalender Ich hoffe, dass ich jeden Tag eins schaffe Ich werde auf jeden Fall Mein aller allerbestes geben Und Ich habe schon verschiedene Dinge geplant Die beispielsweise Stretching Routines Mindfulness Tips Rezepte Full Day of Eatings Vielleicht sogar mal ein Cheat Day Auf jeden Fall Freue ich mich total auf die Weihnachtszeit Beziehungsweise Ich bin schon extrem In Weihnachtsstimmung Kommentiert ihr mal Seid eh in Weihnachtsstimmung Also ich liebe Weihnachten Und ich bin einfach Dieses Jahr schon echt früh In Weihnachtsstimmung gekommen Und deswegen freue ich mich einfach sehr Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Vlogmas Gerne in die Kommentare Was ich auch noch plane Ist ein Q&A Ich habe noch keine Ahnung Wann das kommen wird Aber Ich habe es auf jeden Fall vor Und wenn euch jetzt schon Irgendwie Fragen einfallen Oder so Ganz egal welche Einfach mit dem Hashtag Q&A Oder irgendwie markieren Dass es eine Frage Für das Q&A ist Und in die Kommentare Ich sammle die dann alle Und Bringe dieses Video dann Zu Gegebener Zeit Auch auf Insta Könnt ihr gerne Fragen schreiben Egal wo Hauptsache ich erkenne Dass es dafür ist Und dann ja Ansonsten freue ich mich Wenn ihr euch auch darauf freut Und hoffe natürlich Dieses Video hat euch Schon gefallen Wenn ja Freue ich mich Oh ich freue mich echt viel In diesem Video Freue ich mich auf jeden Fall Ja ich freue mich Mann Wenn ihr Einen Like hinterlasst Meinen Kanal abonniert Wenn ihr Jedes Adventskalender Türchen öffnen wollt Und Freue mich Aufs nächste Video Mit euch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017